Los! Hallo Martin! Du hast ja heute gefunden, wie fühlst du dich? Gut. Ja, gibt es auch noch mehr? Was hätte ich so auszeichnet, dass du heute gefunden hast? Der Johannes. Der Johannes? Johannes? Was hat er denn so gemacht? Was haben Sie gemacht, dass Sie Martin so stark sind? Ich darf mir nicht erzählen. Studio gibt es weiter. Nein! So zeiget es mir vielleicht nicht. Und ja, jetzt sind wir hier im schönen Malbu. Könntest du da so schnell ins Rennen laufen? Oder hast du das getrocknet? Ja, da könntest du da. Das ist mir zu hoch, Papa. Ah, zu hoch. Ja, wir sind ja heute auf knapp 1200, so 1000 Meter gewesen, oder? Das ist eben 1600 gewesen. Ja, das sind 500 die Pens. Aber machte Sie noch etwas aus so Malbu. Ja. Sie wohnen ja da auch malbu. Ja. Haha. Jetzt weg.